Los. Los. So. Woher eben war denn hin? Ja, na klar. Den rennst du immer nur hinterher. Ja, ich wusste, dass der wieder im Wasser ist. Ja, dann lass es doch versuchen, zusammen zu bleiben zu dritt. Na, dann setz ich mal den Marker bei B. Du bist befehlt, aber okay. Ja, Entschuldigung. Ich hoffe, das ist okay. Wenn wir nicht hier wenigstens eine Ehre gerne ab. Wer hofft mich zu beschießen? Nee, ein bisschen was kannst du dir auch mal machen. Hier gleich wieder eine Rage-Quitte. Eine Quitte. So. Okay. Geil. Ganz geil. Geil, Nomad. Ich spiele aber hier auch, als ob ich im Singleplayer unterwegs bin. So, diese Mikro-Rocke können auch daherkommen. Ich habe keine Mikro-Rocke. Ich bin doch einer, Freunde. Hallo, du Hure. Weil ich den Fernseher noch nicht umgestellt habe. Ja, naja, dann würde ich das vielleicht mal machen. Bildmodus umstellen. Heilung vielleicht mal irgendjemand. Vielleicht brauche ich das aber auch. Hat jemand, hat keiner hier ein Sanitätertäckchen? Ich bin Sturm. Also hast du keinen Süd, der zweite Kammer. Nee. Ach, das ist ein Panzer. Ach so, das ist ja interessant. Ach so, der hat mich schon gesehen. Na, dann will ich mal so ein Tod, Jude. Obwohl ich da schon hinter dem anderen Wrack war, hat er mich immer noch erwischt. Okay. Wiederbelebung hier. Ich lieg ja nicht relativ safe. Ich seh dich nicht mal. Wo liegst du safe, weil der Oberlügen-Baron? Ich lieg hinter dem Wrack zumindest. Na, der andere könnte ja auch mal kommen, aber der macht natürlich überhaupt nichts da. Ist Erik, Erik ist, äh. Ach so, der ist erstmal raus. Oh, geil. Jetzt hat mich ein Flugzeug, aber es läuft. So, Erik ist, wo ist dann Erik? Wiederbelebung. 4 Meter, 3 Meter. Liege ich wirklich hier oben auf dem... Du liegst hier oben, ja, leider, ja. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber du machst es trotzdem. Ja, ich machst es. Ja, weil ich mir denke... Ich finde ich stark. Da hinten kommt einer von der anderen Seite. Hinter uns auch. Da war Minimum ein Kopf, der war wieder dabei. Aber der lebt natürlich noch. Das war... Ja, nu beruht dich da mal, junge Freundin. Einen Idioten da hinten hab ich. Gut. Erik fliegt. Okay, alles klar. Ach so. Boah, was war das? Oh, hier kommt wieder ein Bomber rübergeflogen. Oh nein, oh ey. Na ja, du, na ja, du. Ach so, Erik fliegt, ja. Gut, okay. Äh. Den mal. Ich gebe dir erstmal nur aus. Wir müssen in die Stadt direkt hin. Wo bist du eigentlich? Neben dir. Ach so, na dann lass mal hier runter und dann erstmal versuchen, zumindest Richtung D. Oh, der wurde schon wieder weggesnipert hier, war halt richtig gesehen. Einer von uns, der Brücke, der Brücke. Und wer hat sich jetzt? Über, über uns hinter mir. Die sind oben auf der Brücke drauf. Oh, der ist recht, mein Junge. Ach da. Einen hab ich. Ja. Hier sieht's gut. Gut, wunderbar. Hat sich mir nicht schafft weiter. Wo er es nachladen müsste. Na ja, ich würd mal zu D. Ach so, na E nehmen sie gerade ein. Können wir eigentlich auf. Ach so. E verteidigen erstmal. Na ja, E wird eh nach sein, denke ich mal. Aber das ist ja mal zu mir. Da kommen sie vorne direkt. Genau, in dem Moment springt natürlich runter. Tod. Ach, scheiße. Einen hab ich und einer ist da noch. Wo ist denn der? Ich seh den leider nicht mehr. Sehr schön. Da ist der. Ich hab mal einen Marker gesetzt. Ich glaube jetzt, oder? Von einem anderen die Tüte. Ja, das ist hier noch. Da ist der. Da ist der. Da ist der. Naja, weil wir wissen, wo der steckt, da. Oh. Der ist sich versteckt. Die müssen noch über deine drüber. Double Tail Presser. Guys on Trouble, there. Ich denke, man hat das zerschellt mit seinem Flugzeug. Ich glaube, das war jetzt Erik hoch. Ja, auf jeden Fall ist er gerade tot. Tiefällig. Maria Shell. Oh, ich bin hier. Da vorne. Oh, mein Ziel ist wunderbar. Einmal getroffen, aber leider nicht. Tot. Sehr gut. Findet jetzt nicht die besten. Beste Zieloptik war, aber immerhin. Tod ist tot. Hinten bei F sind sie alle. Ja, aber da können sie mal bleiben. Dann sind wir zu zäh. Ja, genau. So, gibt eh nichts ganz. Achtung, weg da, da kommen Gegner. Ja, ich hab ihn gesehen. Hab ihn eigentlich auch getroffen. Bin ich ja der Meinung. Ich weiß nicht, wo der ist. Erik hat ihn erwischt, oder? Erik hat auf jeden Fall ihn. Ja. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut da. Gut da. Gut da, Kind. Gut da. Oh, war ja. Hier ist auch wieder ordentlich was am... Oh, Mann. Jo, jo. Oh, Glück gehabt. Nee, nicht immer. Meine Güte, was ist denn nun wieder los, wenn man diese Zerstörung des Orgien ist da immer... ...die mal mit kaputt machen müssen, ja, ey. Versteht ihn mal ja nicht. Nee. Oh, Gott. Irgendwie. Immer auf. Sind hier immer noch Jäger. Irgendwo sind hier, Alter. Ah, ich bin tot direkt. Oh, mit der Panzer... Diese Panzerbüchse-Scheiße geht mir jetzt nur auf den Sack. Ich liege im Nebenraum. Der ist draußen. Tot, ah ja. Ah, shit. Ja, der kommt ein Sunny bei mir rein. Warte mal, vielleicht... Wo liegst du? Bin draußen. Komme. Ja, gut. Ich hoffe, das waren alle zwei. Hab ich erledigt? Na, guck mal, das sind alle waren. Irgendwann ich auch gelesen, dass... Was ist denn das jetzt gewesen? Hallo, ist das doch gut jetzt hier? Mensch. Was hast du denn gelesen? Ja, für dich ja gerne mal erzählen, dass irgendeine Waffe überpowered sein soll. Da könnte ich mir vorstellen, dass es diese Panzerbüchse ist, wahrscheinlich. Von dem Sniper. Naja, weil die Scheiß-Noops wieder nur überall hinlegen. Ausgerechnet unter der Sniper so eine Scheiß-Waffe. Das wäre eigentlich was für ein Versorgung, ey. Komm mal her. Boah, ich wurde übelst angehittet. Geil. Oh, der ist tot. Oh, der ist tot. Ich mach mich mal auf den Weg zu B. Ja, ich bin hinter dir. Oh, der war ein Granator. Ich bin da auch reingerannt, na klar. Boah, bin ich dumm. Boah, das ist denn hier los. Ich verstehe auch schon gar nicht. Der, 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 der Schlag hier, oh Gott. Meine Fresse. Ja, der ist tot, meine Güte. Voll weg. Ich importiert da den Typen. Was schießen die denn da? Ich seh da gar nicht. Na, das. Boah, keinen, nicht einmal getroffen. Geil. Auch nicht schlecht. Ach, schloch. Bist du auf dem Weg zu Ehe gerade zufällig? Ich laufe hier gerade über die Brücke und würde jetzt, ja, genau, kann ich, oh je, oh eben, stimmt, hast recht. Wahrscheinlich besser. Äh, könnte das. Da haben wir ja einen Sniperer irgendwo rum. Yes. Oh, wohl. Der Wegfinger hat jetzt hier eine Fanate geworfen. Jetzt sind wir mit dieser Klappe los. Auch anstatt, steht schon wieder nicht. Da oben ist er. Da oben auf der Brücke sind drei oder vier Leute. Jetzt sammeln sich ja immer mehr, das ist ja voll nervig. Ach da, ja, ich seh's schon. Einen hab ich. Zwei hab ich. Drei hab ich. Ist das krass, ey? Wow. Ich schaff's aber nicht mehr zu dir, glaube ich. Nee, das schaff ich nicht mehr. Einer ist da immer nach oben. Ist das unglaublich? Hure. So, und auch den haben wir. Bastard. Obwohl das auch nicht sonderlich clever ist, weil da oben sind sie total das leichte Ziel. Muss man ja mal sagen. Spielt ja keine Rolle, wenn sie erstmal fünf Kills machen und dabei nur eben mal drauf gehen. Äh, ist halt genau. Da bin ich gekommen. Ich mach doch mal. Na, bitte warte. Tod weg bin mir gleich. Wer wartet? Oh, das ist ein geiler Bock. Kann jetzt nicht mehr anvisieren, oder was? Doch. Bist du tot? Ach, der anders auf tot. Ach, der ist nicht mehr anwuchs. Objektiv George ist jetzt nicht mehr anwuchs. das war ein weiterer dieser bomb mal da ja gut okay er wollte bei mir nicht dann macht er nicht jetzt habe ich ein sniper gewehr jetzt wieso habe ich denn jetzt zwei nochmann weil die leute wieder ein vor der flinte rennen jetzt einfach nur mit der belegung hat sich jemand anders das gewechselt der idiot er will an der ecke ohne dass ihn irgendjemand sieht ich hab den jetzt abgeknallt glaube das war nun macht doch mal was für ein rauschen hier für das dauerrauschen ist ein soundbuck kein rauschen ich glaube irgendwas in dauerrauschen als wenn ununterbrochen ein flugzeug über dem kopf fliegt schön wow tut das so ansehen noch nicht aber fast nehmen sie schon wieder zurück den fall schon ziehen naja ist ja nicht ganz so schlimm was das tiefe noch ja genau deswegen blick woanders nicht runter gesprungen auf wo ja ist die nage auch voll erwischt und wahnsinn der und einer ist tot auf jeden fall das wesen tot und kein gegner sniper gewehr drin wahrscheinlich nicht viel ausrichten ich gehe mal zu c sie ja 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 Achtung! Objective dog has been lost! Objective Charlie is out! Come on! Capture the objective! Come on! 2F? Hm. Raftbein. Warte, ich komm nochmal zurück. Ach, da hinten! Sniper! Na klar, was sonst? Ach nee! Yes! Komma! Ist ja gut. 2F haben wir schon. Objective fox is now out! Head up! Danger! Over there! Oh ja. Was hab ich denn hier für eine Sniperwaffe drin eigentlich? ZH29 steht da oben. Killfeed. In den Killfeed da. Killstream. Auch bei dir wird der Waffenname angezeigt. Kannst du dir einstellen. Hm. Ah ja, das wollte ich nämlich immer mal machen. Sehr gut. ZH oder irgendwas. Da muss ich mir nur merken. Falls ich mal Sniper spielen sollte, dann vielleicht Diva für mal. Weil du dich schon freigeschaltet hast. Ah, wahrscheinlich nicht. Genau. Boah, was ist das denn? Was war das? Oh, A zu dem Schlag. Echt? Scheiße. Ich glaube ja, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Oh Gott. Scheiße. Ich bin auch von der Brücke runtergefallen. Ah, eklig. Nee, ich meine nur. Ach so. Okay. Ich klicke immer noch. Genau mitten im liegenderischen. Mitten im liegenderischen. Ah, cool. Was ist denn? Oh, hier ist er doch. Ach, Mensch. Och, was? Hinter uns. Neben uns. Über uns. Unter uns. Ach, da. Da bist du. Da. Da kommt jemand. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Scheiße. Ich hab mir mal so eine JB-2-Rakete gegönnt. Ja, wo schlägt die ein hier? Bei E. Bei E. Oh, okay. Jawoll. Immerhin ein E getroffen. Sehr schön. Über uns. Nein. Nein. Scheiße, ich kenne noch nicht so mehr mit dem. Oh, der Sektorenartillerie schlagt. Ja, auf jeden Fall, vielleicht überlebe ich das, dann kann ich noch mal probieren sich wieder zu beleben. Ja, die Runde ist vorbei. Okay. die statistik hier mann gestand 16 3 19 400 das ist doch gut ja auf jeden fall stimmt aber lust habe ich trotzdem keine mehr muss ich dir sagen irgendwie wissen nicht ist bei mir die luft extrem raus gut schüsse schiss